Ich schreibe Sie gerne krank. Sie haben doch überhaupt keine Approbation, oder? Stimmt, haben Sie mich ertappt. Vielen Dank, Herr Böser. Und das war's für heute von Streit um drei. Und das beste Mittel gegen Krankfeiern ist immer noch ein gesundes Arbeitsklima. In diesem Sinne, vertragen Sie sich gut. ZDF Vision. Ich sehe, was ich will. ZDF Vision.